Eine alte Börsenweisheit lautet, so wie der Januar ist, so wird auch das Gesamtbörsenjahr. Dementsprechend schauen viele, nachdem der Januar vorbei ist, wie dieser gelaufen ist und passen ihre Projektionen auf das Gesamtjahr an. An der Börse sagt man oft, I don't like Mondays. Denn erwiesenermaßen ist es so, dass die Montage an den Börsen oft die schlechteren Börsentage sind, verglichen zum Beispiel mit den Freitagen, die meistens die besseren Tage sind.